hallo freunde der sky youtube sports willkommen hier auf meinem youtube kanal willkommen zur verlosung servus jawohl wie ihr beim hintergrund schon erkennen könnt oben wolfenstein 2 sind kolossos ist gerade zwei monate alt und jetzt kommt es noch dazu bekommt ihr noch dass die lc friede chronicles wie geil ist das denn ja ich musste gerade runterkommen ich hatte das nicht mal gerade auf dem schirm ja ich bin so hin und weg ich bin so außer aus dem häuschen ja freunde so sieht das aus ihr könnt bei mir wolfenstein 2 und dass die lc gewinnen und das für den schnapper ja jetzt kommt erst mal müsst ihr das nicht aber dass da das müsst ihr erst mal machen abonnieren 350 abonnenten oder mehr ist die voraussetzung dafür ich sehe das als ausgleich damit ihr mich jetzt versteht okay zu dem punkt ist ja nicht schwer und ein paar mal draufklicken die leute wo ihr sagt egal der versuch ist wohlstein und so weiter sondern die leute die mich abonniert haben also jeder hat eine chance auf das spiel ja und wenn ihr jemanden kennt der das spiel haben möchte oder der sich das wünscht aber nicht aus dem deutschen raum ist also nicht aus deutschland ist nur germany der glück der darf das spielen ihr macht sie mal als geschenk oder auch was für eine art und weise das ist dann eure sache also jeder von euch kann es kaufen und jemanden weiter verschenken ihr sagt kaufen da steht der verlosung ja das ding ist ja das spiel kostet neu 60 plus die lc 20 sind 80 euro so und ihr kriegt beide zusammen für 30 das ist ein schnapper keiner meckern das ist ein schönes weihnachtsgeschenk muss ich sagen und wer wolfenstein 1 gespielt hat von euch weiß wie lange man in so einem spiel unterwegs ist wie lange die story ist und das macht mega laune und man hört man den schwierigkeitsgrad und spielt es noch mal weil es einfach geil ist somit ja es hat nicht so viel verlangt wenn ich sage ich möchte 350 oder mehr abonnenten haben und dafür wird dann im stream verlost auch ich werde noch vor der zwischenzeit nicht streamen und versuchen die abonnenten zusammen zu kriegen und werde es dann auch im stream verlosen ich werde es nicht so verlosen es wird im stream verlost so und das spiel wie ihr sehen könnt ist nicht für den deutschen raum wie gesagt hat sondern für england frankreich italien spanien russland japan polen und die türkei der design zum bank oder so möchtet ihr jetzt irgendjemanden für den schnapperpreis mal was gutes tun ja denn helft mir eine 350 oder mehr abonnenten zu kriegen oder wird einer von euch oder du die chance haben das spiel plus das dlc dazu zu bekommen und jemanden zu erfrischen oder vielleicht euch selbst zu erfreuen oder erfrischen wie auch immer ich kurz rede langer sinn ich bitte auch mal denn das titelbild hat mal ein kollege gemacht der liebe holy diver oben nein dass die andere seite da 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 habt ihr das ausrufezeichen ja und wenn er mit der maus drüber gehen da steht eine holy diver mit verlinkt hier wollen der hilft mir bei der verlosung der hilft auch im stream dann aufzupassen wenn dann das alles erreicht ist dann geht es los mit der verlosung und so weiter also der wird mich da tatkräftig unterstützen und er hofft auch auch von einem von euch dass sie ihn vielleicht auch abonniert damit endlich seine 400 abonnenten zusammen hat weil viel fällt ihm nicht mehr dazu wenn eine geile sache ist ein richtig crazy typ und so ja also schaut mal bei ihm vorbei das war's das war's für die verlose von wolfenstein ich hoffe ihr habt alles verstanden was ich ja sagt habe ansonsten spurt jetzt noch mal zurück und guckt euch das aber von vorne an und wenn es trotzdem noch irgendeine blöde frage gibt den künstler unten in den kommentaren schreiben jawohl so das war's das ist euer virus jetzt gewesen wulfstein 2 plus dlc verlosung out now und ja jetzt bist du dran schau mit v hallo freunde das geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere sachen gibt es da einen daumen nach oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten button klicken und ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer virus visions schau mit v hallo